Picke dir quer in den Arsch, ich und mein Holz, ich und mein Holz, baller dich in den Buff rein. Ja, herzlich willkommen Leute, damit zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege, das war die Ammoderation von Curry. Das ist immer, wenn die Kamera aus ist, will er jeden in den Arsch bumsen, Curry. Ja, mit Holz. Mit Holz. Wenn du Hobbits fand, Späne. Sonst hab ich ja nix. Da fällt was ganz anderes, Alter. Curry hat so ein Strap-On aus Holz, Alter. Da fällt Harz, Alter. Harz kommt da. Weißer Harz, Mann. Alter, ey. Der muss direkt wieder das Bild versinnbildlichen. Alles klar. Bettina, Barbara, go. Können wir schneuernlein? Oh nein. Ich stell mir gerade vor, wie er lacht und alles aus seinem Mund rausfällt. Das ist so am Krummeln, das glaubst du gar nicht, Alter. Jetzt lass dich ja echt mal hier abreißen. Lass mal Börty wie so ein Ameisenbär da über den Bildschirn. Ich muss da eher mal Staubsaugen, Alter. Fühl mich gerade ein Killer, Alter. Ich weiß ja, Curry hat so einen richtigen Omnomnom in der Hose, weißt du? Wie heißt der? So ein Nono, Alter, hier von Tilt. So ein Brüssel. Ich glaub sogar, der auch Kuchen machen kann, Alter. Der Nono konnte ja immer Tabby-Toast machen, oder? War der das? Ja, dann. Ja, ja. Nono, Alter. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Tobi, ne? Ich glaub sogar, ey. Tobi sieht aus wie ein Multipla. Kennst du? Was? Der sieht aus wie ich, wenn ich meine Hose runterlasse. Aus wie Markepleyer. Weil das ist immer bei Tobi. Ich und mein Holz. Der Tobi ist immer so bei ihm, der läuft durch die Bude. Tobi, der macht einfach die Hose auf halb drei, weißt du? Und dann geht das Ding dann wie so ein Rüssel alleine durch die Bude und sucht so in Ecke den Dreck. Aber deswegen, seit Patrick nicht mehr da ist, ist die Stimmungskanone halt weg, ne? Ja, das ist so eine betrübte Stimmung hier, das ist echt. Er hat auch immer so ein Witz auf Schlage gehabt. Ja, Patrick war immer so einer, weißt du? Also der ist ja auch selber ein Witz, deswegen passt er so gut, weißt du? Ja, das ist so, der Treffpunkt seiner Geheimratsecken ist das zentrale Witz-Universum. Ja, genau. Alle quatschen immer bei NSA so, weißt du? Witz im Schlitz. Die wahre gefährliche Organisation ist Patricks Geheimratsecken, bitte. Das geil ist, bei Play Nation TV glänzt Patrick seine Geheimratsecke immer so und da muss immer die Maria immer nachschminken gehen. Hab wieder so ein Lens-Flair drauf in der Kamera. Ja, und die sitzt in der Regie wieder, oh nein, der Abrams ist wieder da. Kommt er da reingescheint, Alter. Schön. Da kommt Dustin immer und macht er mit so einem Wischer, weißt du, dass das so quietscht. Das ist wieder schön sauer, ey, ey. Kann sich so selbst drin spiegeln, weißt du? So, ui, ui. Geh, leute, leute, passt auf, dass die Leute nicht zu offensichtlich sind, hier, ne? Passt auf. Passt auf, bitte. Ich bin tot. Boah, der verletzt, der verletzt, schnell, schee, schee. Ah, fuck, man, der holt ihn jetzt. Der hat er abstaubt. Ja, der holt mich jetzt, der holt mich jetzt. Guck dir, das kommt echt schon, weil... Ja, ich will den Köder, Leute, passt auf, die Treppe hoch. Da kann sein, dass er den jetzt wiederbeleben kommt, ne? Dennis, pass auf, der liegt da, liegt da, liegt da, liegt da, liegt direkt vor. Oh, der ist tot. Hä, 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 ne, der ist schon wieder verletzt. Warte mal. Ja, dann wurde der wiederbelebt, pass auf, Mann. Ja, aber Curry, oben, oben, Treppe. Oh, der ist down, Mann, du hast ihn geholt. Hol mich, belebt mich wieder. Warte, 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 der muss da irgendwo noch sein. Nein, hol mich doch erst wieder. Okay, wenn du das sagst. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Da ist noch einer verletzt. Curry, holst du mich noch? Der andere liegt da auch noch verletzt. Da müssen zwei verletzt liegen. Echt, oder? Da ist irgendwo. Boah, was ist denn hier los? Sauber. Warte mal, irgendwo muss noch einer sein. Ah, geradeaus durch, Curry. Hör zu, geradeaus durch, Curry. Geradeaus durch, Curry. Da ist, ähm, genau der. Geht, fuck, Alter. 24 Uhr geklebt im Maul. War das so, ich sagte, Tobi? War das so, ich sagte? War da so ein X auf seinem Maul geklebt? Ich höre gerade nix, Alter. Warte mal kurz. So ein X. Da könntest du draufkicken, Alter. Ganz ehrlich, ja. Ätzert dann weg. Ääh? Heideltraut, Leute. Da ist auch einer drinnen, ne? Curry, pass auf. Wo ist denn A? Ach so. Der hat doch wieder seinen Puls an, Alter. Ich muss hier weg. Scheiße, Mann. Scheiße. Alles schon tot, ey. Ne, einen hast du noch. Oh, was? Ich wollte gerade sagen, Curry. Ich wollte gerade sagen. Oh, der mit seinen Puls, Alter. Hä? Immerhin hat der ihn geholt. Aber das war der gar nicht. Oh, der hinter dir. Behind you, behind you, behind you. Er ist wieder drin. Right, 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 in the room. Lolf. Hä? Ist tot. Jawoll, Alter. Hä, wie bewegt er sich, Mann? Ja, komisch. Wenn ich so eine langsame Reaktion hätte, wäre ich schon fünfmal gestorben. Ja, hä? Ja, warte mal, das ist voll komisch, wie der läuft. Der bewegt sich so wie einer, der so eine Battlefield-Präsentation macht oder Call of Duty immer, weißt du? Die alle so voll langsam so. Ja, das war so was Trailer, ich war, was der von der Reaktionszeit hat und der holt die alle weg. Dann auch wenn er das Spiel einfach leckt und dann... Okay, tot. Was ist das für ein Radio, Alter? Wollt hast du das so? Sag mal, sag mal, blomm mal Blatt da. Wollt mach, mach. Hä? Das ist schon ein Ponser, wo es eigentlich so Hamdala. Geh doch runter. Ja. Ich werde es Hamdala spielen, mein Herzmann. Du musst jetzt langsam malen, ne? Ja, das ist wohl angebaut. Time, time, time. Time, my friend, time, my friend. Gip, spiel. Da oben, Kamera, Kamera, Kamera. 50 Sekunden, go, go, go. Hä? Go. 5 Sekunden übrig. Was war da denn los? Man weiß es, Jura. Ey, das waren... Ey, das waren... Zu viel Time verstrichen lassen, ne? Zu viel Time hat er da verstrichen lassen. Oh, jo. Kommt ja vorbeigesleicht, Alter. Okay, Leute. Jetzt geht es daran, hier schön Emma verteidigen. Äh, Emma? Was ist mit... Emma? Emma verteidigen, was? Wo wollen wir denn hin, Freunde? Wer ist denn Emma? Tantjens Apartment, komm. Weiß ich auch nicht mehr. Geh mal in Tantjens Apartment, ne? Ist ja nicht so schlimm. Wann ist das denn? Ox-Ti. Der hat doch hundertprozentig gehackt, hör mal. Hundertprozentig. Warum sind die alle am Hacken hier, hä? Was soll die Scheiße? Runze, hä? Sag doch mal was. Ja. Gut. Was? Übe jetzt undercover zu sein. Okay. Oh, ne, dein... Nein, der spielt wieder Caveira, Alter. Halt's mal, hör mal. Oh, nein. Du hast gesagt, du willst ihn nie wieder spielen. Vertraue mir. Okay, tot. Höhte dich. Wo hast du hier denn los, ey? Performance, die fängt sich manchmal erst am Anfang, ne? Was? Ist so geil. Das hatte ich ganz, ganz am Anfang von Rainbow, oder ich das immer... Immer, ne? Ich auch. Jetzt, eher weniger, aber... Ja, da machen wir dringend alles zu. Hier brauche ich auch noch eine Wand, ne, Bronze. Problem ist nur, dass O-Mann oder A ist, Curry, weißt du? Ja, das ist nicht das Problem, da müssen wir halt up-safen. Ich brauche halt hier noch Wände. Wir gehen 100% auf A, hier oben ist voll offen A. Meinst du, Alter? Der Raum hier ist... Ja, dann gibt's dich. Das ist, glaube ich, das Schwerste zu decken, was es überhaupt gibt. Gibt's dir da alles rein, Alter. Ohne Witz. Ich hätte noch Wände, wo? Ich hätte auch noch zwei. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade selbst nicht. Also hier auf jeden Fall nichts. Alter, komm, ich mach mal zu, da. Curry, das klappt. Aua. Alter, wie die schon da reinballern, Mann. Alter, die sind doch fertig, Alter. Magazinwechsel! Haben wir durch kleine Loch geguckt, ne? Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Hammer geil. Das war wirklich die beste Performance. Hammer geil. Ein behinder, Karre. Okay, die ballern hier rein, ne? Seht ihr das? Aua. Hier, Alter, mal ein Fenster, immer. Okay, der ballert... Oh, Mann, Alter, am Fenster. Das gibt's doch nicht. Der kleine Pisskopf, Alter, ohne Witz, ey. Na, Bonze, der hängt da, da brauchst du nicht rausgehen, ey. Obwohl, wenn du in diesem Sprintmodus bist, kannst du dann unsichtbar raus? Ach so, du bist schon weg. Oh, ne, guckst du auch. Ja, weiß ja nicht. Boah, das wäre echt eine gute Frage. Okay, Leute. Nice, Tobi. Vorsichtig, Vorsichtig. Schild, 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 geh weg, geh runter. Oh, Fah. Geh auf jeden Fall weg, alle. Geh einfach weg. Nicht weg, Tobi. Bleib einfach zurück. Bauf rechts von ihr Fenster, Tobi. Das war Fuse. Oh. Was? Ach, das war hier oben, oder was? Ja. Pisse, ey. Okay, Leute. 2 gegen 3, Mann. Ihr seid zu dritt. Ihr seid zu dritt, Leute. Ja, das Schild kam von oben, ja. Echt? Putze. Nice, Dennis, nice. Okay, nur noch einer. Komm, Leute. Das ist der Schild-Typi. Der kommt auch von der Treppe aus. Da, komm, da. Geh weg, Dennis, geh weg, da. Ja, du hast ihn fast. Hol dir, Florio, Alter. Hol dir. Bäm. Mann, geil. Ja, ich hab drei geholt in der Runde. Baa. Geht doch. Hey, hat er sich gerade vorteleportiert, Alter? Nee, das hat er einfach geleckt. Das leckt er einfach bei ihm, okay. Wir sind back, ladies and gentlemen. Wir sind zurück, so sieht's aus. Aber die letzte Runde haben wir gewonnen, ne? Ja, klar. Deswegen heute auch die zweite immer. Nee, ich meine, das ist das letzte Folge. Ja, ich weiß nicht, das letzte Match, ja, ja. Schluck erst mal runter, ey. Haben wir gewonnen. Hä? Hä, was ist das denn? Was war das denn? Hä? Was ist denn, wenn die Katze auf den Scheiß hau? Hä? Der hat ja so ein Auto, was du so aufziehen kannst. Kann das sein? Ja, Mann. Bronze ist Recruit. Nice, Bronze. Danke, da. Hä? Was ist das denn? Hauptsache, Bronze, nimm Recruiten, aber liked irgendwie einen Beitrag von mir auf Twitter, weißt du? Du bist echt ein Held, Alter. Ja, das habe ich aber schon vor zehn Minuten geliked, ja. Ja, ich weiß. Echt, das war nicht mit einem Recruit mit Verbindung. Trotzdem, das war lustig, Mann. Ja, das war lustig. Das fällt mir gerade so spontan ein. Bei diesem ganzen Connectors Editions, die es momentan gibt, ne? Ja. Es war noch nie irgendwo ein Helikopter dabei, den man fernsteuern kann. Boah. Ja, das dürfen die nicht. Echt? Weil das, du musst dafür so eine Lizenz haben, ist wie bei einer Drohne, darfst du auch nicht. Kostet 200 Euro im Jahr. Ja, weil Drohne war die nicht einmal irgendwo? Äh, du kannst auch aber einen ferngesteuerten Helikopter, so einen Plastikhelikopter, den kannst du deinen Kindern auch kaufen. Ja, stimmt. Das Feuer wächst schon nice aus da oben, ne? Ja, auf jeden Fall. Feuer mit Jesus denn, ne? Vor allem da hinten ist Sarah, ey. Der Walli, ey, der Walli. Der Matti, Alter. Matti. Ich wollte dem Walli ja eigentlich fahren, aber mitspielen, aber der ist ja gar nicht in Berlin. Wieder unterwegs, der Junge, ne? Soll das. Kann doch nicht sein, ey. Warte. Das hat mir schon ein bisschen leid, was ich mit dem Brett gemacht hab, mit dem Typ. Oh, Dennis! Hammer, Dennis. Das war nicht meine Schuld. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dir, was da passiert ist. Der Typ hat seinen Scheissschädel genau davor gemacht, weil er nämlich den Kill haben wollte. Und in dem Moment hab ich die Granate geworfen. Idiot! Achtung, Achtung, ich explodiere. Also, ich... Also, ich explodiere das Ding. Wollen wir auf B legen? Nee. Curry ist woanders, ne? Weiß ich nicht, ey. Mann, ey. Ich lade nach. Oh, wir sind so auf B, Curry, ey. Komm mal her zu mir, Curry, ey. Warte, warte, warte. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Alter, ich schnauze, Mann. Komm einfach hier hinten rum, wo ich bin. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich weiß es doch. Jetzt, man kann es die Schnauze halten. Jetzt kriegst du dich hier in der Ecke und planten. Tobi, hast du Treppe? Ja, alles gut. Mach du Tür, ich mach Treppe. Bingo, go. Bingo, go. Okay, mach du Treppe, okay, ich mach Tür. Von oben, Tobi, auch passen. Ja, da können wir jetzt nur noch Tür hier kommen, da macht Curry und wir machen, okay, wir machen Treppe. Sehr geil. Ah, Lunde, Lunde. Hä? Was war das denn? Was war das denn, Tobi, Alter? Der war schon tot, aber ist noch gelaufen? Wie so ein Huhn, Alter, komm ab Haus. Alter, guck dir mal die Wand da an, ey. Wie sieht aus, wie ein Bonds das Mutterperiode hat. Wer macht da den Splatter, Alter? Nein. Wir beide hier die Tür coveren, Alter, ey. Boah, Alter, was habt ihr eben? Kurz die Wand neu gestrichen, Alter, ne? Boah, das ist auch voll komisch gewesen. Boah, so was ist voll, ey. Leute, bei dem ersten Mann hat voll komisch, der ist irgendwie, ich hat schon gelegen, aber ist noch gelaufen. Du konntest noch schießen. Mach doch nix, mach doch nix. Der war grad ein geiler Recruit, ey. Leute, wer, Rock Tiraday, Biker, Bops, a la... Welcher Spaß, die war das der von meiner Granate gehüpft ist? Ja, keiner wieder, ne? Weißt du, es kann nicht, dass ich das war, ich bin eigentlich hinter dir vorbeigelaufen. Ich bin eigentlich hinter dir vorbeigelaufen. Es ist wie ein Schwarzkopf-Party von mir, weißt du, aber Tobi. Mega Typ, ey. Na, na, na... Sing, für mich... Na, na, na... Na, 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 na... Na, 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 na... Ha, 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 ha... Ey, Mr. Poland, Mr. Poland, you know Frankfurt? Frankfurt. What? Frankfurt, Alter. You know Lukas Podolski? genau mr currywurst salat salat hier ist nix aller der junge ist so bescheuert welcher bütteln wer denn wer denn oh tobi die mich auch mal gerne in den Arsch versorgen was wirst du? die auch mal gerne in den Arsch versorgen leider ja die guck mal am Arsch machen ich weiß nicht was wir Kölner soweit gut das ich keiner bin ne klar müssen Kölner auf einmal dann schon, wa? mhm freilie tobi freilie 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 da kann man nicht mehr ran ey Leute ab hier die Nut hier oder wat? moin die Gegner haben meine Bombe gefunden verteidigt sie wirst du Alter ist das dein Ernst? ich hab noch die zwei du oder ich du Alter what? boah sind hier lose Alter hey was denn das alter es brennt nein hä was geht denn hier grad ab? oh leck mich doch am Arsch Alter warum? die sind bei B drinnen ne? ja ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt warum mach ich das man dennis ey hinter dir hä? was war das denn dann? das war ein typischer dennis move alter und wie und wie und wie hä? hä? boah alter er hat den weg geflasht alter hey Leute 2-2 man you have Miro dafür gesorgt dass ich verwirrt war I'm confused wieso hör ich das denn Tobi langsam Tobi ganz langsam ok Leute komm jetzt wie sie du Walter White man jetzt lass mal wirklich hier die Schulgasse rauseinander we are germans and bronz bird is a fameuse german youtuber an you blame him 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 was redet immer blam dann sauf Eddy mit bl Ich glaub, die sind wieder bei Tantchen. Ja. D.A. bei Tantchen. D.A. bei Tantchen. D.A. in Tantchen, Alter. Hör mal bei der Tante in der Grotte über. Wie heißt deine Tante eigentlich Curry? Meine Tante? Das ist so ein bisschen eine Tante. Ne, ich mach keine. Als ob. Hat dein Vater dich auch schon vergrault, oder was? Hey. Ne, wie heißt der Tante? Was war das denn gerade, Alter? Dämon, Alter. Curry, Alter, was ist ein Exzorzismus? Curry wird manchmal so ein paar Sekunden immer, am Tag wird der immer so normal, weißt du, da er seine Tablette nicht genommen hat. Ja, und wenn er durchdreht, es geht ein Auge so nach links, ein Auge nach rechts, so weißt du? Ja, genau, Alter. Und ein Auge kommt raus, Alter. Curry ist lieber klein, ey. Aber wie beim Igolos, ey, bei mir hängt der auch immer auf halb drei, ey. Boah, Alter, halb drei, Junge, haben wir schon, ey. Ah, leck mich doch an dem Scheiß da, Alter. Hey, was ist denn hier noch? Ich verkacke mir das Werfen von dem Scheiß EP-Kanat, ey. Das ist ein Fickel, ey. Komm mal auf, da. Okay, jetzt ernst, Alter. Bam, 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 Dennis, Alter, du bist mein Mann, Alter. Oh! Oh! Hilfe! Tobi! Am Fenster kommt jetzt einer, Tobi, hier bei mir. Tobi! Vom Fenster? Aha. Warte. Nee, warte, ich geh, ich geh, ich hab Leckbild, Mann. Boah, Curry all in dir. Oh, fuck, Mann. Oh, nee, Alter. Der kleine Mistkopf, Mann. Ohne Witz, ey. Okay, komm, Leute, jetzt. Tobi, ihr müsst den Schärfer holen, ne? Oh, der ist da hinten. Scheiße, ey. Es kann sein, dass er den up-aimt. Holen sie einfach jetzt. Komm, ich bin da überhaupt hoch, ey. Ja, einfach ab, hoch da mit dem Seil. No, Dennis, Alter. Das ist das, Alter. Das ist mein Typ, Mann. Epic Morso, ey. Hey, da lag vorhin rechts irgendwo, Tobi. Oben. Hier? Nee, 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 nee. Geh mal, geh mal zum Koffer einfach. Was auch, Tobi? Jawoll. Da ist er! Yo, Tobi, Alter! Nice. Mega, mega Shot, Alter. Mega Shot, Mann. Guck mal, was der Tobi da macht, Alter. Guck mal, jetzt hier und zack. Instant Folk, Alter. Ja, voll, ey. Sehr gut, ey. Sehr schön gemacht. Matchball, Luke. Matchball. Was ist da mit Dick Curry, oder? Ich bin da einfach motiviert, was? Weil ich jetzt mal so reinkomme. Wir wollen's eigentlich Platte manchmal, ey. Und so Maschinen. Hä? Den Wies oder was da, ey? Werden wir jetzt einen Japaner haben, Mann. Hä? Der ist geil, ey. 2 Wochen, ey. Ja, Freunde. Ich darf's noch da den Weg nach Hause holen. Ich bin richtig warm. Ja, wie Kino, ey. So eben sind einfach 8 Boxen zerstört in Deutschland, ne? Ja, und im Kino sind alle nach Hause gegangen. Ja, geil. Die Kino, die nicht mehr sehen. Was ist jetzt los? Das ist voll, ey. Ah, 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 ah. Ey, klauen noch auf. Und legt dann auch noch auf. Ey, seid ihr fertig, Alter? Okay, Leute, komm. Nehmt sein Auto auf. Ich hab' vor, wie der Curry mal bevor er schlafen geht. Einmal so auf sein Teppich das Auto so rückwärts fährt und dann einmal so im Kreis fällt und sagt, hui. Soll ich mich jetzt auf den Teppich setze? Ja, guck mal. Ey, das hat's bestimmt früher so'n Teppich gehabt. Ja, klar, Mann. Ja, klar, Mann. Ja, klar, Mann. Ich hatte aber auch so einen. Echt? Denn das war auf der Baumschule. Ja, bitte A hier. Ja, wir haben... Ja, wir haben... Okay, Bronzo. Wir haben ja Buche gelernt. Was? Ey, Curry, die Kommuna-Prova. Konntest du auch deinen Namen tanzen? Ja. Ja, weg, 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 weg. Uga, Uga. Jo, macht er gerade. Hm, ja, hm, hm. Freilie? Aufpassen. Oder wie der Walle immer sagt, sehe ich nicht. Sehe ich nicht, ne. Ne, ne, ich sehe das nicht, ne. Wir haben Walle die Battlefield 1-Folge, ey. Das war einfach... Ach, ja. Das ist ein Junge, ne? Hat er wieder da rausgeballert, oder was? Das ist sonst wo, nie woanders, ne. Boah. Hella. Sorry, Tobi, keine Sorgen. Erschreck dich nicht, mein Junge. Ganz ruhig, Tobi. Weißt du, wo ich mich hier hinsetzen soll? Das ist alles scheiße, einfach. Ja, ich weiß es auch nicht, Tobi. Aber mach es einfach, weißt du? Die Gegner haben eine Bombe, Luca. Die Humpi-Bombe-Schulken. Sam ruhig! Hä? Der spielt Hitler im Radio ab. Hey, wie war das? Kann du, kann du das wieder tun? Ja, das ist Ankel Adolf. Ankel Adolf. Ankel Adolf. Mach es wieder. Komm schon, mach es. Wir sind alle Nazis in Deutschland, du kennst. Ankel Adolf. Ankel Adolf. Er muss auch jetzt gerade irgendwo ein Fenster kaputt gegangen werden. Eow. Und über uns, ne? Dass die Leute immer noch so Nazi-Sachen bringen müssen, ne? Nach 60, wieviel Jahren, wie lang ist das jetzt her? Dahinten kommt auch einer. Lang genug. Boah! Mein Gott, ich habe gerade gewonnen. Oben die Klappe! Die müssen kommen, ne? Bleibt zurück jetzt, oder? Das war gerade ein geiler Kampf, ey. Aber geil. Da müssen wir kurz im Curies-Status liken kommen. Oh shit, Alter, das gibt's doch nicht. Boah, iiii. Hast du Arcuri? Ne, ich habe gerade gar nichts. Okay, Fuse. Einer ist ja eine Mathe gerannt, Curie. Ich kann aber gerade nichts sehen. Guck mal, ob der da noch ein Reinhold-Curie. Äh, da ruhig. Doch die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde. Ohne ein Ruh-Händel-Curie. Äh, der ist ja bescheuert, ne? Idiot. Dennis, bei dir ist direkt hinter einem, hinter dir ist einer ein Fenster. Ja, wo soll ich hier durchschießen? Er kommt jetzt rein, rechts, Dennis. Hä? Was? Wie soll denn hier einer reinkommen? Ich bin unten. Er hat gerade bei dir da was aufgeschlagen an der rechten Seite von Austin. Nee. Okay, Dennis, das ist ein anderer Raum. Okay, Dennis, ich bin echt am Arsch. Ich kann hier nicht weg gerade. Ja, ist kein Problem. Nice, nice. Oh, ich hab den ein... Oh. Alter, ich hab den noch geholt, Mann. Boah, Alter, was machen die denn da? Okay, Leute, komm, 3-3, Alter. Kein Problem. Kein Problem. Gar kein Thema. Kein... Komm, lass das mal gewinnen hier. Thema jetzt, Jungs, komm. Eingreifen können wir eigentlich auf der Map gut. Ihhh. Sinn? Hä? Okay, machen wir den hier. Versuche ich mal den hier. Okay, Leute, dann lass mal loslegen, oder was? Right, 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 meine Damen und Herren. Nochmal hier Auftakt. Nochmal hier aufbauen. Aufbalkieren. So, da bin ich aber gleich gespannt, wahr? Ja, da sind wir aber schwer gespannt. Ach, Freunde, ey. Mh. 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 Okay, Leute, ab geht's. Ronze, bist du da? Alles klar, der ist tot, Mann. Der ist einfach tot. Ronze, bist du da, oder nicht? No. Mach du Scheiße. Ist das ja oder no? Jo. I'm here. Werden alle sterben, oder? Mh. Mh. Mach dir keine Sorgen. Ich bleib in jedem Tier. Oh. I got it. Nice, Mann. Wir haben beide die Bumbe gewunden. Die Bumbe. Gib mir mal die Bumbe. Gib mir mal die Bumbe. Gib mir mal die Bumbe. Die Bumbe ist super. Nein. Gib mal die Bumbe. Jetzt zählt's, Leute. Jetzt zählt's. Jetzt zählt's. So, jetzt zählt jetzt, Ronze. Mach das Workout-Kerie, Anna. Nein, Mann. Jetzt Match, Anna. Match, man. Match, man. Match, man. Match, man. Match, man. Was tust du denn? Panischen, Anna? Was ist Tobi los, Anna? Tobi. Ich wollte ihn mal ein bisschen verwirren, da, ey. Mischen. Mischen. Halt's Maul, ey. Da kam der Brief, Anna. Da kam. Da kam die Kohle, wa? Alter. Aua, hä? Wo? Alter. Die schießt ja durch die Wand, die Bumbe. Hier, hier. Fuck, Alter. Warte, warte, warte. Was ich bin? Geh mal weg, Ben. Der will ich auch nicht geben, die alte Sau. Nein, ich liege. Dennis, ich bin hier drinnen. Kann mir jemand helfen? Okay. Der ist oben auf der Treppe, alter. Oh, nee, ey. Pass auf, da kommt einer. Ja, der soll er kommen. Da bin ich die, ey. Geradeaus durch ist irgendwo einer. Ihr könnt auf A legen. Der hat die Bombe? Blauer. Oh, fuck, Alter. Sag dem mal, der soll auf A gehen, schnell. Nein, aber das ist nicht meins, ey. Come to A, man. Come to A. Point A. Come on, come on, come on, come on. Point A. Rein da, Jungs. Ah, da war noch Tobi. What the fuck, Alter. Ja, da war auch noch. Ich wollte den da holen, weil ich wusste, dass der da noch ist. Alter, der rennt da in die ganzen Leute, ey. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken. Ja, da war's. Oh mein Gott. Der ist so ne Waffe, Alter. Boah. No fuck. Okay, Leute, das wird jetzt noch mal ein hartes Tänchen, Mann. Das wird ein richtig hartes Tänchen, Alter. Uiuiuiui. Nicht einfach. Ja, da hängt. Machen wir, machen wir. Joi, ich bin da. Machen wir, okay. Das will ich können, Alter. Denn jetzt 250 Prozent, ne? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Lass mal... Lass mal nicht wieder... Die Mongoleil, Mann. Biker-Apartment vielleicht? Da waren die gerade, ne? Weil die sind wenigstens auf einer Ebene, oder? Okay, komm, 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 komm. Was ist denn mal? Die sind auf einer Ebene. Sonst das scheiße, ey. Die sind auf einer Ebene. Weil die sind, glaube ich, alle auf einer Ebene. Ey, die sind immer übereinander. Das ist kacke. Die jetzt gerade war auch nicht übereinander, wo wir waren. Bei dieses Fußballzimmer. Okay, Mann. Können wir das dann nachnehmen, ey? Das wäre nice. Danach muss es erstmal jetzt eine Runde geben. Komm, Leute. Wir müssen die jetzt holen, die Runde, Mann. Es geht nicht anders. Wie jetzt, was sehen hier. Zack, zack. Weggeballert. Headshot, headshot, headshot. Headshot, headshot. Jawoll. Ja, genau so, Mann. Okay, das ist nice. Das haben wir schon mal gehabt. Das ist nice. Das ist gut. Wo soll ich jetzt helfen? Hier am besten, ne? Dann ist es gerade weg irgendwie. Ne, ich bin da. Ich hab, äh... Wir machen mal die Wände hier. Was soll ich machen, Curry? Welche Wände? Wenn wir alle hier seien. Klar, mein kleiner Kiffzwerg, kümmert. Jawoll. Okay, hier ist der Tür, da kann jemand reinkommen. Und wo soll denn die Wände da passiert? Ja, ich rette dich, wenn das ist. Der hier ist direkt die Treppe. Den kommen die wahrscheinlich direkt hoch, Alter. Du musst ja echt aufpassen, jetzt. Wo? Dann wollen wir noch folgendes. Warte mal, ich mach was anderes. Pass auf. Wenn die da sind, sagst du Bescheid, ey. Ich kann natürlich hier schön, äh... Das geht leider nicht, schade. Okay, leider. Ab geht's, Mann. Die A und B müssen wir safen. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen. Schildermann, Herr Bernd, Alter. Okay, jemand muss die Treppe im Blick haben, ne? Okay. Warte, ich mach das so. Wenn jemand kommt, sag Bescheid, Alter. Eine Wand habe ich noch. Komm, ich mach einfach hier noch. Ich mach die Wand. Ich bleib mal auf B hier. Sag mal Bescheid, wenn deine Falle irgendwie kaputt gemacht wurde. Ja, Treppe, Treppe, kommt jemand hoch. Treppe, jetzt zündet Curry. Okay. Hab ich. Okay, der kommt jetzt. Warte, pass auf. Fuse, 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 fuse. Kacke, Alter. Ja. Der Tobi da, oder? Nee, nee, nee. Die andere Seite, da. Da, hier. Der sprengt hier gleich. Okay, Schild hier, Schild hier bei mir. Wo ist der Schild? Der Schild hier, glaube ich. Hier hängt einer, hier hängt der Blackbeard. Okay. Äh, von wo denn, Alter? Hier kommt auch einer rein. Fild Curry ist irgendwo da. Seh nicht. Halt, ich mach mal die Camps. Okay, die kommen hier. Ja, ich markier. Bei dir Curry, ne? Curry, du bist einer vorbeigelaufen. Ja, ich muss, aber geht nicht anders. Ja, lass lass lass, ich hab die Tür safe. Ich markier die. Da kommt der Schild-Typ und der andere sitzt geradeaus durch. Ich markier. Geh nicht vor. Schild-Typ ist drin. Curry, äh, Curry leg dich auf den Boden. Du kannst den, äh, durch die Luke neben dir töten. Schnell, schnell, schnell. Der steht genau da optimal. Jetzt schieß. Sehr gut, den hast angehettet. Okay, es sind drei Stück. Die sind alle da. Okay, die haben die Drohne zerstört. Die Kamera. Okay, die platzieren da jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, bestimmt. Ich seh's nicht mehr. Alter, geh doch down, Junge. Hä, warum fackt der denn nicht? Okay, jetzt wird's schwerer, Alter. Blackbeard, ruhig am Arsch. Deshalb. Mach mal Curry, die sind alle low. Nee. Alter ist in der Falle gerannt, Curry. Ruhig, ruhig gerät, du wurde platziert. Nur Schild und du. Nee, der Blackbeard noch. Ja. Aber der muss Curry, ne? Ja, der Blackbeard liegt doch. Der muss näher ran, das kriegst du so nicht. Ah, der Blackbeard, ne? Mission gescheitert. Egal. Der lag noch da gerade. Nee, nee. Das war der andere, der ist da noch reingelaufen. Hä? Hä? Boah. Hä, lol. Nee, einer war auf jeden Fall tot. Schade, Alter. Schade. Komisch, das war noch drei. Einer lag, denn einer ist dann gegult. Oh, Mann, ey. Schade, schade, schade. Hätte ich gern gewonnen, ey. Ja, machst du nix. Das stimmt. Schade, Leute, man kann ja nicht alles im Leben gewinnen, ne? Ja, so ist das leider, ne? Kannste nicht ändern. Also. Sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Die gibt's dann immer morgen, Ladies and Gentlemen, 17 Uhr. Schade, mach's gut, ciao. Ciao.